Hallo, mein Name ist Nick Aswak und ich bin Make-up Artist. Und heute zeige ich dir, wie du aus einem Feuchtigkeitsserum und einem Lippenstift das schönste, natürlichste, tollste, liftendste und genialste Rouge der Welt zaubern kannst. Wir brauchen drei Dinge. Ein Feuchtigkeitsserum, einen Lippenstift und... Oh, ein Model. So, und los geht's. Wir basteln jetzt aus Lippenstift und Serum ein Rouge. Wir nehmen ein bisschen Lippenstift auf den Handrücken, geben ein Klacks vom Serum mit dazu. Das Ganze wird mit dem Pinsel verblendet. Jetzt schau dir mal die schöne Textur an. Und das liftet jetzt so genial auf deinen Wangen. Es liftet überall, guck dir das mal an. Es hat diesen Schein, es hat diesen Glow, es hat dieses Natürliche. Und das mag ich so sehr. Perfekt, 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 nicht zu viel. Super natürlich. Tipp auf die Nase, Tipp aufs Kinn. Mal mal Augen zu, bitte. Und hier noch ein bisschen über die Augen gezogen. Voila. Für weitere Easy-Hacks abonnieren, liken und kommentieren. Mua!